Barrierefreie Dokumente zu erstellen ist nicht kompliziert. Hier zeigen wir Ihnen, wie es in Microsoft Word funktioniert. Für einen grundsätzlichen Überblick zum Thema barrierefreie Gestaltung empfehlen wir ergänzend das Video Barrierefreies Layout in Microsoft Office. Sehen wir uns nun Schritt für Schritt an, wie man in Microsoft Word Version 2021 vorgeht. Zunächst weisen Sie Ihrem Text Formatvorlagen zu. So ist das Dokument einheitlich gestaltet und auch technisch lesbar für Assistenzsoftware für Sehbeeinträchtigte, wie zum Beispiel Screenreader. Öffnen Sie den Bereich Formatvorlagen und markieren Sie einen Textabschnitt. Rechts wählen Sie die gewünschte Formatvorlage aus. Für den Titel Ihres Dokuments die Überschrift 1. Für Kapitelüberschriften die Überschrift 2. Für Unterüberschriften die Überschrift 3. Und so weiter. Für den Absatztext wählen Sie das Format Standard. Sie können die Formatvorlagen auch anpassen. Dazu klappen Sie auf der Vorlage das Menü aus und wählen Formatvorlage ändern. Hier lassen sich Schrift und Schriftgröße, aber auch die Abstände zum nächsten Absatz anpassen. Auch Listen sollten Sie mit den dafür vorgesehenen Werkzeugen erstellen. Sie haben zwei Listentypen zur Auswahl. Die Liste mit Aufzählungszeichen oder eine nummerierte Liste. Das gleiche gilt für Tabellen. Damit diese auch für Screenreader lesbar sind, erstellen Sie diese mit dem Tabellenwerkzeug. Unter dem Menüpunkt Einfügen können Sie eine Tabelle mit der gewünschten Anzahl von Zeilen und Spalten erstellen. Unter Tabellenentwurf legen Sie anschließend fest, ob Ihre erste Zeile als Überschrift gelesen werden soll. Ebenso, wenn Ihre Tabelle eine erste Spalte links oder eine Ergebnisspalte enthält. Damit die Vorlesesoftware Ihren Text mit der korrekten Sprachbetonung vorliest, ist es zudem wichtig, die Dokumentsprache festzulegen. Diese ändern Sie unter dem Menüpunkt Überprüfen – Sprache. Hier wählen Sie die korrekte Sprache Ihres Textes aus. Auf die gleiche Weise können Sie auch einzelne Wörter oder Passagen einer anderen Sprache zuweisen. Falls Ihr Dokument Bilder enthält, benötigen diese einen sogenannten Alternativtext, der die wichtigsten Informationen zum Bild für Nichtsehende wiedergibt. Der Alternativtext ist im Dokument nicht sichtbar, wird aber von Screenreadern vorgelesen. Öffnen Sie dazu mit einem Rechtsklick auf dem Bild das Kontextmenü und hier Alternativtext bearbeiten. Hier rechts geben Sie den Text ein. Falls Ihr Bild ein bloßes Schmuckelement ohne Informationsgehalt ist, markieren Sie es als Dekorativ. Auch Ihre Tabelle benötigt einen Alternativtext. Dazu auf der ausgewählten Tabelle rechts klicken und im Kontextmenü die Tabelleneigenschaften auswählen. Unter Alternativtext fügen Sie den Text ein. Im Gegensatz zum Alternativtext wird die Bildunterschrift im Dokument angezeigt. Sie erstellen diese durch einen Rechtsklick auf das Objekt und die Auswahl der Option Beschriftung einfügen. Wählen Sie, ob es sich um eine Abbildung, eine Tabelle oder eine Formel handelt und fügen Sie einen kurzen Text hinzu. Enthält Ihr Dokument Verlinkungen, empfiehlt es sich, einen sinnvollen Begriff mit dem tatsächlichen Link zu verknüpfen. Dazu markieren Sie den gewünschten Begriff und öffnen mit Rechtsklick im Kontextmenü den Menüpunkt Link. Hier fügen Sie den Link ein. Über Quick Info fügen Sie der Verlinkung einen Alternativtext hinzu, zum Beispiel den Titel der Website. Abschließend testen Sie die Barrierefreiheit Ihres Dokuments unter dem Menüpunkt Überprüfen und der Option Barrierefreiheit prüfen. Rechts im Ausgabefeld sehen Sie das Prüfergebnis. Durch Klicken auf eine Fehlermeldung springen Sie direkt an die richtige Stelle im Dokument und können den Mangel beheben. Falls Sie Ihr Dokument als PDF speichern möchten, achten Sie darauf, dass das Kontrollkästchen Dokumentstrukturtext für Barrierefreiheit aktiviert ist. Anschließend können Sie Ihr PDF in Adobe Acrobat Pro finalisieren. Wie Sie das tun, erfahren Sie im Video Barrierefreie PDFs. Bei Fragen melden Sie sich gern bei der Stabsstelle Chancengleichheit Diversität und Familie unter chancengleichheit-at-uni-leipzig.de Chancengleichheit Diversität 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 auf Nefa Strataus違ren wir Ihnen ein Gericht suffikter Pulsiv aus dem Amen Wirklich Absatz Ш